Kitzbühel, das solltest du schon gewonnen haben. Für das kämpfst du 20 Jahre und dann kriegst du das in einen Tag zurück. Den Moment, den du möchtest auf ewig halten. 30.000 Leute brüllen da unten deinen Namen. Du stehst eigentlich dann so über die Leute und du kannst wirklich unten das Menschen mehr genießen. Du musst nachher noch die Gäste in der Hand holen, dann machen sie am liebsten jeden einen Amen. Du reißt die Hände in die Höhe und denkst dir, dieser Moment, der könnte dein ganzes Leben so bleiben. Also da stellst du mich jetzt neu, weil die Gänsel hat auf. Gut. Besser. Gösser. Seit 25 Jahren Partner des ÖSV.